Kingston auf 12 Uhr frontal Ein schwarzer Dot ist dort, das ist die große Lagerhalle Seht ihr das schon? Negativ Nein, da ist noch nix Du meinst die Halle, wo der Mann mit der blauen Latzhose vorsitzt? Genau Du meinst das Graue, auf dem grauen Boden, oder? Ja, da ist ein großer schwarzer Dot Der Dot ist das Ziel, oder was? Nein, das Industriegebiet Ah Jetzt auf meiner 11 Uhr am Fluss, direkt am Fluss Auf der östlichen Seite des Flusses 10 Uhr jetzt Weiter Höhe abdauen, bitte Da steht das Haus mit dem Hallen Dach Genau Das ist das Ziel Genau, jetzt auf 9 Uhr zu sehen, Sascha in die Weiße Halle Da gehts drauf Aber wir müssen noch höher abdauen Slipst du? Nichts, keine Weiße Halle Dann einfach mir hinterher, Freitag Jo Das kann das werden Aber wir drehen jetzt über Rolf Immer noch höher abdauen Du steigst aber gerade Negativ Oh, doch Das täuscht Nee Achtung, Einbrecher Leichte Einbrecher Da ist schon der Duido unter mir Wie gehören alle sich zu den Bomben? Borte Balthasar hat Versicht Lege ist direkt bei einem Bomben Gehst du den Sturz, wie du? Jetzt geht's rein, jetzt aufs Ziel Oh, das ist ein Sperrballon Oh, hier könnt ihr doch auch nicht flack jetzt Wie du es abschalt, wenn du der Gas gibst Ich bin immer noch raus Vollgas raus Aber dort ist der Hangar Ja Nicht auf den Hangar Ja Die Weiße Halle Dahinter Hinter den Hangar Ui, hast du das auch so? Achtung, Sperrballon Ja, ich bin an ihm dran Wo ist denn der Sperrballon genau? Über den Über den Über den braunen Hangar Ich bleib auf hinter dir und werf mit dir ab Du da hast Das ist guter Bomben gehen rein Bomben raus Oh, deine Oh, die sind hoch Wow Die Lobbomben raus Ich hoffe, das war ein Bug Die haben gehüpft Die Bomben sind richtig weit hoch geflogen bei den Wiedeln Ja Bomben raus Bomben raus Und aufgehört Ja, werf früh ab Vielleicht auch zu spät abgeworfen Ah, Ritter Schöne Trette Beim großen Hangar Ok, 180 Boah, das brennt vielleicht Ja, die hinten mit Haufgegangen sind passend 180 Trittseil erhöhen Kilo 55 Ne, Kilo 60 beide Bleibt ihr tief oder steigt ihr noch? Wir steigen jetzt wieder hoch Ah, ich habe ein kleines Leck im Kraftstofftank 2 Sofort absetzen 180 Seid ihr, seht ihr mich alle? Ja Ich bin leicht